Er spricht Kredite nur dann aus, weil er bietet sich an Bedingungen von Sparprogramm und Sozialabbau, die dann vor allem die Bevölkerung und die Unterschicht der Bevölkerung darunter liegen. Wir sind heute hier, um gegen diesen Vortrag zu protestieren. Wir warten jetzt noch ein bisschen, bis noch weitere Leute kommen und werden dann mal mit ein paar Vorträge anfangen. Dankeschön, dass ich rauskomme. Wir? Wir sind heute hier, um gegen diese Vortrag zu protestieren! Kommt von der Krieg! Kommt von der Krieg! Kommt von der Krieg!